Neue Fotos deuten darauf hin, will Beatrice Egli jetzt zur neuen Helene Fischer werden? Beatrice Egli, 35, musste sich schon des Öfteren mit Vergleichen zur deutschen Schlagerqueen Helene Fischer, 39, rumschlagen. Auch, wenn die Sängerin, seit ihrem Gewinn bei Deutschland sucht den Superstar um Jahr 2013 große Erfolge feiert und sich fest in der deutschen Schlagerszene etabliert hat, bleibt der Konkurrenzkampf nicht aus. Möchte Beatrice jetzt die neue Helene Fischer werden? Neue Fotos sind eindeutig. Kopiert Beatrice Egli hier Helene Fischer? Auf Instagram teilt die Schlagersängerin ein Video von sich, wie sie an einem Seilthund und aufwendige Posen übt. Dazu schreibt sie. Bei Egli Extrem ging's hoch in die Lüfte. Habt ihr die aktuelle Folge mit Sarah Engels schon gehört und das Video dazu gesehen? Hättet ihr euch das getraut? Diese Fotos erinnern stark an jemanden. Denn wer ist bekannt für solch spektakuläre Show-Einlagen? Richtig, Helene Fischer. Versucht Beatrice Egli nun die aufwendigen Shows von Helene Fischer zu kopieren? Oder war das Ganze lediglich eine kleine Mutprobe für ihren Podcast? Das werden Fans von Beatrice Egli wohl spätestens bei ihrer nächsten Tour erfahren.